Ok, wir haben andere Gegner. Wir haben Schmötze. Ah, mit Schmötzen wären wir fertig, da kenne ich mich aus. Äh, warte, was? So. Angriff. Wir haben aber auch zwei dabei, eins Base. Ja gut, ist doch nicht schlecht. Dann sollen die beiden ihr Ding machen, dann können wir drei unser Ding machen. Haben wir ja zu dritt früher auch, wo nur Marco und ich gespielt haben. Da waren fast die besten Runden immer, wo wir mit zweier Teams noch dabei waren. Und dann jeder so seinen Angriff gemacht hat. Ja. Erst so von verschiedenen Seiten oder so, dann kann man auch die Verteidiger ein bisschen auseinanderziehen. Das hat eigentlich immer ganz gut gekloppt. Den Standort des Bio-Gefahrgut der Eltern finden. Luba sind sie nicht. Küche auch nicht. Ich habe es aber an der Treppe gehört. Ich glaube Penthouse. Oder? Ne, Billard. Gelogen. Sehr schön. Der Bio-Gefahrgut der Eltern wurde lokalisiert. Den letzten auch noch. Jetzt kann ich in Ruhe sterben. Einsatz in 10 Sekunden. Ja, Quartier hier. Spawn piekt oder was? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich die Kamera rauswerfen direkt. Ja, das kann auch nicht raus sein. Oh! So! Nice! Wir haben 6.000 Kugeln gebraucht, um den einen zu erledigen. Ja, leider ja. Aber wir haben es geschafft. Das war das Wichtigste. Hm. T-66 ist bereit. Lade neues Magazin. Lesion ist direkt im Shisha-Lounge. Ist ja beruhigend. Nachladen! Die Drohne ist aktiviert. Ich will den hier nicht weg. Ich will den hier nicht ungeschützt lassen. Gut, dass ich hier geblieben bin. Oh, geht da direkt. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Nur noch ein Gegner übrig. Feindliche Aktivitäten. Sicherung des Raumes einstellen. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Gegner neutralisiert. Eintritt erfolgreich. Weiß nicht, was du nicht sagst, Sherlock. Das war auch nicht der Plan. Was hat er gesagt? EMP doesn't kill, hat er gesagt. Wenn er, wenn er... Okay, er hat es am Ende nicht überlebt, aber... Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre er auch schon früher gestorben. So. Wir wollen Mira spielen. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Was steht da rum? Und dann schießt er die Twitch-Drohne. Ey, volle Idiot. Das finde ich sogar mal auf irgendeine Art und Weise noch sinnvoll. Oh, was macht der hier die Fenster auf, ey? Was macht der denn hier? Was macht der hier ein Loch rein? Was macht der hier ein Loch? Oh, schützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Oh, hemmt ihr die Tür da ab. Das muss auch mir recht sein. Ja, ich bin hier drin und warte hier. Ja, ich bin hier drin, ich bin hier drin. Ich bin hier so ganz alleine hier hinten. Haben wir die Tür aufgemacht von der Shisha-Lounge aus? Es ist etwas zu ruhig. Feindliche Drohne nähert sich zum Scannen. Timer wird gestartet. Sein Standort ist gefährdet. Interrogation bei Ash. Macht man immer gern. Oh ja, aber richtig gerne. Letzter verbleibender Gegner. Keiner. So geht das. Firework! Der hat ihm die Pistole, äh, die andere macht auch nichts mehr geholfen, wenn du so von oben perforiert wirst. Ja. Auch nur eine schlechte Ausrede. Ich habe aber schon den Eindruck, dass die Interrogation länger hält, weil ich musste auch erst hinlaufen, das Fenster aufmachen, rausspringen, dann noch über die Brüstung springen. Der war die ganze Zeit noch markiert gewesen, also... Der Schöne wäre gewesen, wenn du jetzt nicht runtergesprungen wärst. Der lief genau so, dass er an mir vorbeigelaufen wäre. Der ist immer weitergelaufen. Ich würde genau sagen, wann er kommt. Der schöne Gesichts-Massage-Papas. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Interrogation bei Ash gibt dann immer so ein frohliges Gefühl, ey. Ja, gerade bei Ash, ne? Ja. Nur noch geiler, wenn es bei Jekyll ist. Nein, ich bin schon im Raum drin und werde da noch gemutet. Ja, kann ich jetzt schon. Die Scheiß-Drohne ist wieder so arschlangsam. Da haben wir die Richtung wechselt. Vor allem die Twitch-Drohne, die ist so laut, ne? Die hörst du zwei Räume weiter. Ja, dass die Anzahl der Schüsse reduziert haben und so laut gemacht haben, das ist halt total behindert. Eins von beiden wäre schon eigentlich zu viel, aber beides ist völlig schwachsinnig, ja. Ja, zumal es ist ja Twitch-Sketch-It gewesen, ne? Ja. Dafür konnte sie ja sonst nichts. Sei mal blöd. Wird ein bisschen übertrieben gesagt, aber was soll ich meinen? Stimmt doch. Die Kamera hängt da noch, Leute. Sehr gut. Konntest du nicht wegmachen, weil ich gerade am Seilen war. Hm. Schock-Drohne wird aktiviert. Einer ist in der Blue-Born. Oh Gott. Da waren zwei oben. Scheiße. Aktiviere Drohne. Hm. Vorsicht, EMP. Die objective selber ist nur mute. Aber ich komm doch nicht rein, ich hab nichts zum Sprengen. Hier kam sie auch geil vor. Ich hab für den die Tür aufgemacht, oder was? Visual war im Raum über dem Objective, Leute. Vorhin zumindest. Ist schon ne Weile her, ich bin gestorben. Der macht ein Nickerchen. Auch ne Leiche, die man gerne sieht. Wo ist denn der Mute? Der war im Objective. Ich seh ihn jetzt gerade nicht. Lebt meine Drohne noch? Jaja, die ist ja unter dem Regal. Und da seh ich ne Ecke keinen. Nur noch ein Gegner übrig. Okay, fuck. Wie auf der Treppe ist er? Er könnte einen Objective rein. Nordwest Treppe ist er. Guck gemacht. 3-0? Ja, schön. Der Typ er... Ein merkelloser Sieg. 25,5 Prozent. 25,5 Prozent. 5,5 Prozent. Yay! Nee. Na, Alpha Pack. Voll geil. Ich freu mich grad wie so'n Schnitzel. Übrigens seitst du die Runden Zeit verkürzt haben, werden ja auch die Casual Folgen immer kürzer. Ja. Tatsächlich. Sonst waren das mal so 15, 16 Minuten, jetzt nur noch so 12. Ja. Tatsächlich. In der Tat. So ist eh's. Okay, die Defender Gadgets hab ich auch. Jetzt brauche ich noch 3 Gadget Kills. Was weiß es? 15 Headshots. Rock Shocker. Für... für Valkyrie. Wow. Begeistert. Welcher Valkyrie so viel Spiel? Ich find die alte weiß ich nicht. Obgesehen von den Kameras ist sie so nutzlos, find ich. Hm. Find die auch nicht so geil. Oh, neuen Daily? Nee doch nicht. So, so aus. Ja, das hätt er jetzt gerne. Feiner ja, ne? Noch ein paar neue Dailys und zum Renown sammeln hier. Mhm. Naja, stimmt aber warum nicht? So war ich versuch.